Ich krieg hier kein Standbein. Ich krieg hier irgendwie gar kein Standbein aufgebaut. Verdammte Kacke, was soll denn das? Nein, brauch ich nicht. Ich muss wieder die Türme nachbauen. Das ist teuer, verdammt. Das ist so teuer. Die geben echt alles hier, die Gegner. Das ist so heftig. Die geben echt alles hier, um mich richtig abzufucken, ja. Die geben richtig alles. Der Sammler ist... Ein Sammler ist auch noch weg. Ja, klar. Natürlich. Das kommt er hier schon wieder an. Das gibt es ja wohl nicht, ey. Boah. So, Fremen. Die brauch ich. Fremen, komm. Ja, aber die Belagerungswaffen sind das Problem. Geschieß doch nicht auf das Manneken, was eh keinen Schaden macht, Mensch. Fahr da einfach drauf. Dann ist gut. Für den Herzog. So. So, Fremen, ja. Unser Stützpunkt wird an. Die muss ich sammeln. Die Fremen muss ich jetzt sammeln. Für den Herzog. Oh Mann. Du bist Manneken. Für den Herzog. Für den Herzog. So. Boah. Das ist eine Mission, wo man knapp am Aufgeben ist, wahrscheinlich, hä. Das ist so eine richtige Arschloch-Mission von einem Spiel, ey. Ihre Befehlungen für den Herzog. Klasse. So, Fremen. Ja. Für Shai-Halud. Genau, für Shai-Halud. Das ist der Wurmgott hier. Zu wenig Geld. Meine Güte. Da kommt noch ein Angriff. Pfff, ey. Das kann ja wohl jetzt nicht sein. Unser Stützpunkt. Da kommt noch ein Angriff. Da kommt noch ein Dings. Der Panzer ist weg. Ja, Sir. Für den Herzog. Um Gottes Willen, fahr da hoch. Warum ist denn der Panzer weg? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, okay. Toll. Das, oh, warum war denn der Panzer weg, sagt mal. Der muss doch da stehen. Bereit, Kommander. Spice-Sammler bereit. So. Oh. Wie viel Energie hat der noch? Gut. Okay, dann. Weg damit. So. Spice-Sammler bereit. Ja, ist gut. So, Raketentürme nachbauen. Ich glaube, ich habe für diese Mission falsche Strategie genommen. Ich habe zuerst getaggt, obwohl ich eigentlich zuerst Waffen hätte bauen sollen. Aber, ja, das ist halt mein Spielstil. Da muss ich ab und zu mal, glaube ich, jetzt hier bei Dune von abweichen. Was macht der denn da? Was versucht der denn jetzt? Unser Stiftpunkt wird angegelt. Alter. Wie bescheuert. So, Turm. Konstruktion bereit. Waffenfabrik. Unser Stiftpunkt wird angegelt. Ja, ist okay. Oha. So. Ich habe jetzt zwei Flugzeuge, drei Flugzeuge, zwei Sammler. Ja. So. Da macht den platt. Ach, verdammt. Eine Stunde, vier Minuten, ey. Ich habe noch kein Standbein. Weil ich auch nur wieder nur zwei Sammler habe. Frame bereit. Sehr schön. So. Vier Frame. Okay. So. Okay, Freunde. Meine Fresse. Da kommt schon wieder ein Angriff. Ah. Ja gut, komm, der ist jetzt eh voll. So, ich brauche einen Sammler. Ja, nimm den weg. Ist okay. So. Kommt schon wieder welche, ey. So. So. Da kommt schon wieder Panzer. Alles mögliche, Freunde. Alles mögliche. Ja. Natürlich. Unser Stützpunkt wird angebildet. Zwei Deviatoren. Und natürlich trifft der eine Raketenwerfer außerhalb der Reichweite des Turms, ey. Unser Stützpunkt wird angebildet. Das ist so bescheuert. Dann nimm jetzt halt mal den Luftangriff für da. Mann. So. So. Jetzt lass das doch. Dann nochmal. Ja, danke. So. Weg damit. Oh, da ist der Dings. Da oben. Ja, okay. Aber der kommt. Nein. Oh, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt scheiße. Boah. Ne, ich muss einen verkaufen hier unten. Verkauf den. Nein. Ich muss noch einen verkaufen. Alter Schwede, Leute. Ey, ich krieg hier voll auf die Fresse. Ich krieg hier grad voll auf die Fresse irgendwie. Einheitsverlust. Gebäude verlust. Ja, toll. Unser Stützpunkt wird angebildet. Ich krieg hier voll auf die Fresse. Einheitsverlust. Bereit, Koala. Bestätig, da hinten. Oh ja, die Fremen. Komm. Bereit. Healer, Kai. Unser Stützpunkt wird angebildet. Ja, Sir. Ja, Sir. Kommt hier hoch. Nein. Einheitsverlust. Spice-Sammler wird angebildet. Unser Stützpunkt wird angebildet. Mach den weg. Boah, wie ihr seht, die Fremen, die sind so mächtig. Boah. Hörschai-Halot. Spice-Sammler wird angebildet. Meine Fresse. Wir haben gebraucht. Unser Stützpunkt wird angebildet. Die sind halt langsam, ne? Oh, yo. Natürlich, Freunde. Ich krieg hier kein Standbein. Spice-Sammler wird angebildet. Ich krieg hier einfach kein Standbein. Und unser Stützpunkt wird angebildet. Der hat zum Glück eine schwere Panzerwung. Ja. So, jetzt macht den den Arsch da unten. Hörschai-Halot. Ich muss erst mal reparieren. Und unser Stützpunkt wird angebildet. Habe ich jetzt noch einen Sammler verloren oder was? Einer, zwei, drei. Nee. Immerhin das nicht. Ja, natürlich. Ja, der ist voll, ne? Ja, ja. So, dann. Gut. Die versuchen, die platt zu fahren. Nein, 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 nein. Du siehst sie nicht, du siehst sie nicht. Okay, gut. Oh, Mann. Boah, hier muss ich echt mit der Mechanik spielen. Boah, das ist eine echt heftige, schwere Mission, Freunde. Ja, jetzt nimmt der mir wahrscheinlich den Bauhoff weg hier oben, ne? Weil hier oben jetzt offen ist. Nein, okay, gut. Dann bau den Panzer nach. Was macht der denn da? Okay. Oh, ey. Das ist... Wo? Hier unten, okay. Konstruktion bereit. So. Der Panzer, der muss wieder hier oben hin. Mensch. Seht ihr, dass wir die Maniken... ...den Panzer hier platt machen? So. Alles klar, da habe ich noch zwei Fremen. Sehr gut, ey. Die brauche ich. Die brauche ich wirklich. Ich habe hier echt Probleme. Richtig Probleme, Freunde. Eine Stunde zehn gespielt. Halb zehn. Und ich bin noch nicht mal... Ich kann noch nicht mal irgendwie angreifen. Das ist jetzt diese Ruckel. Gefällt mir gar nicht, ey. Ich speicher das mal ab. Oh Gott. Ja. Verdammt. So. Puh. Dann schießt er mal drauf, da. Ja, der steht... Der stirbt jetzt natürlich, ne? Ach nee, okay. Gut. So. Gut. So, wenn die mich jetzt mal in Ruhe lassen würden... ...dann würde ich mich auch hier mehr zumauern mit Türmen. Das mache ich jetzt auch. Das ist mir jetzt zu... ...dumm. Weiter Türme bauen. Nur tauern muss ich hier. Ich muss hier nur tauern. Boah. Gar nicht mal schlecht, die Mission, ne? Also der Schwierigkeitsgrad hier ist schon enorm. Aber ich habe jetzt alles gebaut. Drei Sammler mit drei Flugzeugen. Und da kommt er schon wieder. Hallo? Komm. Ja, sehr schön. So muss das sein. Ja, dann... Keine Ahnung. Dann hol den ab. Los. Den auch nach Hause fliegen, bitte. Verdammt. Alter. Frame. Weg damit. Weg damit. Na toll. Einframe ist weg. So. Puh. Haha, der weiß nicht, wo die sind. Ja. Verdammt. Ah, Energie weg. Scheiße. Alter. Ey. Was? Was zur Hölle, Leute? Nochmal laden. Boah. Spielgeladen. Ich zerbreche hier gerade dran. Panzer bauen. Ja. Ich muss Panzer bauen. Ich zerbreche hier dran. Boah. Das ist jetzt heftig. Pff. Bremen, bereit. Ja, Sir. Für den Verzug. Bereit, Commander. Ich habe zu früh getackt, ja. Ich brauche mehr Panzer. Ja. Ihre Befehle, Sir. Ja, Sir. Konstruktion bereit. So. Jetzt brauche ich nur noch Panzer. Wird gebaut. Wird gebaut. So, da kommt er. Ja, da kommt die Scheiße. Der geht einfach eiskalt auf meine Energie. Oh, jetzt schieß doch drauf, Mensch. Ja, lauf ruhig daneben. Bestätigen. Meine Güte. So. Du wirst eh abgeholt. Gut. Dann du bitte nach Hause. Verdammt nochmal. So, Leute. So, das muss ich jetzt abwehren. Da brauche ich jetzt hier unten. Panzer. Und noch ein Panzer. Sehr gut. Oh, Gott. So. Ich bin gerade irgendwie so im Tunnel-Modus, ja. So. Gut. Da kommen die Deviatoren. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen hier. Dass die mir ein Panzer klauen. Äh. Nicht unbedingt, nein. Mhm. Okay. Die Deviatoren. Okay, sehr gut. Was macht der? Ja, komm. Die Deviatoren wegmachen. Oh, scheiße. Nicht auf die Manneken. Verdammte Türme, ey. Okay. Aha. Wo ist der Wurm? Okay, da. Mhm. Okay, ich habe einen Luftangriff. Hier oben die Energie habe ich zumindest schon mal behalten. Ist schon mal gut, ey. Schaut euch mal, wie viel Schaden die Fremen machen. So. So. Oh. 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 Meine Güte, ey. Oh, Energie. Komm. Puh. Das habe ich abgewehrt jetzt. Speichern. Boah. Boah. Was ist das für eine Mission. Fast drei Parts voll und ich habe immer noch kein Standbein. Was soll denn das? Sagt mal. Die machen mir halt immer wieder die Sammler platt, ne? Jetzt baue ich auch hier unten alles voll. Mit Türmen. Oh. Meine Güte. So. So, ich habe mal mehr als 2000 Kohle. Panzer. So. Panzer. Meine Güte, ey. Jetzt müsste der mich erst mal ein bisschen in Ruhe lassen, eigentlich. So. Ich habe alles gebaut, was ich brauche, eigentlich, ne? Jetzt brauche ich eigentlich nur noch, ja, hier oben noch eine einigermaßene Verteidigung. So. Die kann ich leider nicht heilen, das ist das Problem. Hier in dem Spiel gibt es keine Heiler. Das ist das Doofe. Ja, Sir. Ja, Sir. Einheit bereit. Ja, Sir. Fahr du mal da unten hin zur Verteidigung. So. Alles klar, Freunde. Puh. Das ist ganz schön anstrengend. So, 20 vor 10. Ich wollte eigentlich nur bis halb 10 spielen, aber die Mission, die ist ja echt, wow. Echt ein Schinken, also. Echt ein Schinken, diese Mission, ja. Da kommt schon wieder so ein Kark. Äh, Saboteur. Die Gebäude, die die mir immer wegnehmen, ne? Da kann ich auch echt drauf verzichten. Ach, verdammt. Ich hab's schon wieder zu spät gesehen. Ach, Mann. Kann ich mir das leisten, dass die jetzt nicht funktionieren? Muss ich gucken. Muss ich gucken, ob ich mir das leisten kann. Fremdbereit, sehr gut. Brauch ich. Gib mir das. Nein, kann ich nicht. Okay. Verkauf das Ding. So. Weg damit. Alles klar. So. Lenk den... Lenk... Ah. Nimm den. Dieses Mini-Panzer. Okay. Okay. Hey. Das ist so dreist, was der macht. Das ist so dreist. Leute, Leute. Das ist so dreist, was der macht, ne? Ah, okay, gut. Da unten hab ich auf jeden Fall schon mal vier Türme jetzt. Oh, meine Güte. Meine Güte, Freunde. Jetzt fahrt er über den Platz. So. Weiteren Turm, bitte. Mein Gott. Okay, gut. So, dann hab ich's gleich. Wenn ich... Wenn ich hier unten gleich noch ein paar Türme hinbaue. Ach ja, Gott sei Dank. So, ein Sammler, zwei Sammler. Wo ist der dritte? Hier unten, okay. Gut. So, dann hab ich hier oben jetzt mal abgesichert. Vier Silos. Okay, so langsam. Ja, natürlich. Hilf dem mal bitte. Und zack. Ja. So. Vier Silos. Ja. Hilf dem mal. Der versucht die nämlich dann platt zu fahren. Meistens die Fremen. So. Den kannst du ja so platt machen, ne? So. Wie überraschst du mich jetzt nicht mehr, Freund? Wird gebaut. Baut noch einen Sammler mit Flugzeug. So, dann hab ich jetzt mal so langsam was... Etwas, was ich als... Was man als Standbein bezeichnen kann. Sehr gut. Wird gebaut. 103%. Noch vier Minuten. So. Dann hab ich jetzt echt mal so langsam was Standbeinmäßiges. Okay, Freunde. Das hört sich doch... Das ist doch gut. Konstruktion bereit. Das ist doch gut. Unser Stützpunkt wird angemeldet. Noch drei Minuten. Wird gebaut. Jetzt haben wir's. Frame bereit. Sehr schön. Boah, da ist ja ganz schön krass, was... Was dann da auf uns zukommen wird, ne? In den letzten beiden Missionen. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig, ja. Gut. Schneller. Weg. Weg. Bevor du Deviator schießt. Gut. Okay. Boah. Weg damit. Nimm den weg. Ich muss da echt auffassen bei den Kacken. Boah, das, ey. Weil der gerne mit Deviatoren kommt, seht, ja. So. Sammler und Flugzeug. Sehr gut. So. Der fährt aber auch irgendwie immer hier oben hin, ne? Das ist egal. Den kann ich mit dem hier... Jawohl, Sir. Bestätig den Himmel. Ja, Sir. Unser Stützpunkt wird angemeldet. Boah. Boah. Unser Stützpunkt wird angemeldet. Einweilen Sie. Ja, Sir. So. Okay, alles klar. Dann... Oh, Schallpanzer. Unser Stützpunkt wird angemeldet. Okay, dann kann ich jetzt echt mal dran denken, langsam mal auf Angriff zu gehen. Langsam, aber sicher, Freunde. Okay. Da oben müssten eigentlich noch zwei Türme hin. Hier unten müssten noch Türme hin. Ich brauche noch Energien. Das bringt nichts. Puh. Boah. Heftig. Heftige Mission, ja. So. Können wir das mal upgraden? So. Alles klar. Äh. Die setzen gerne auf nervige Einheiten, habe ich das Gefühl, ja. Boah, Schallpanzer. Sehr schön. Geil. Okay, Freunde. So. Energie. Noch ein Turm da oben hin. Also langsam, aber sicher, ja. Raketenturm. Boah. Reparier den mal. So. Jetzt habe ich vier Sammler im Einsatz. Mit Flugzeug. So. Wird repariert. Ja. Sehr schön. So, bauen wir mal eine Belagerungseinheit. Wird gebaut. Da ist schon wieder so ein... Ja, Sir. Bestätigt Ende. Einheit reparieren. Da. Nein. Konstruktion. Nein. 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 Zu wenig Energie. Wird gebaut. Nein. Dass der aber auch immer da reinkommt, ne. Mit den... Einheiten. Fräben bereit. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Hiervon habe ich auch schon eine kleine Armee. Zehn Stück. Reißen wir natürlich noch lange, nicht? Aber... Gott sei Dank sind die Fräben jetzt auf unserer Seite, ey. Gegen die könnte ich nicht auch noch kämpfen. Das ist ja schon nervig genug hier. Gegen zwei Gegner zu kämpfen. Ordos und Hakon. Nicht schlecht. Nicht schlecht die Schwierigkeit. Das ist so krass, ja. Nicht schlecht die Schwierigkeit. Hier unten brauche ich nur zwei. Das passt. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Sehr gut. Wo ist mein... Ah, hier. Okay. Ja, Sir. So. Was versucht der... Da schon wieder? So. Einen noch. Ja. Das passt noch. Oh, Scheiße. Ne Belagerungseinheit. Oh. Jawohl, Sir. Sehr schön. So. Jetzt war's das hier. Mit deinen Nerven-Attacken, ey. So. Raketenpanzer bauen. Bereit, Kommander. Jawohl, Sir. Du kommst mal mit. Jawohl, Sir. Konstruktion bereit. In deinen Untergang. So. Wird gebaut. Ja, Sir. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jawohl, Sir. Ach nein. Hör doch auf. Konstruktion bereit. Einheit verloren. Dann noch eine Energie. Die tue ich hier hin. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, sehr gut. Frame weg da. Ja, Sir. Wissen hat geschehen. Konstruktion bereit. Jawohl, Sir. Ja. Sehr gut. Verstehe ich. Alles klar. Dann hab ich ja jetzt mal sowas wie ein Standbein, ne? Okay, nach anderthalb Stunden, wo normalerweise die Missionen fertig wären. Das ist krass. Das ist krass, ja. Das ist lächerlich auch so ein bisschen, ey. Anderthalb Stunden, die ich jetzt dafür gebraucht hab. Drei Einheiten, ja. Sehr schön, ey. Drei mobile Einheiten. Gut. Alles klar. Dann kann ich hier nochmal zwei Türme hinbauen. Strike zum Herkunden. So. Jetzt hast du keine Chance mehr, Leute. Junge. Ah, haha. Sehr schön. Weg damit. Du kannst einmal schießen und dann weg. Ja. Sehr schön. So, zwei Raketentürme noch hier. Aha. Hier muss ich echt alles verbarrikadieren, ey. So. Boah. Nichts da, Junge. Okay. Gut. Framebereit. Geil. Schallpanzer. Nein. Keine Kuhle. Oben ein Schallpanzer. Da ein Schallpanzer. Hier ein Schallpanzer. Viele Schallpanzer werde ich hier brauchen. Konstruktion bereit. So. Jetzt habe ich es aber echt langsam satt, ey. Zehn Uhr gleich. Boah. Das ist krass. Freunde. Das ist krass. Wie viel Kohle haben die noch? Die sind leer. Okay. Ah, okay. Sonst hätte ich jetzt schon mal noch ein Schallpanzer gebaut, aber geht schon. Gesammelt euch mal da, bitte. Ich gehe mal erkunden. Konstruktion bereit. So. Sehr schön. Okay. Das haben wir geschafft. Gut. Dann. Schallpanzer bauen. So. Genau dafür, ey. Für diese Drecksmännchen. Bist du des Wahnsinns? Schick den doch hier hin. Wir sind doch nicht so weit draußen, Mensch. Nein. Oh Gott sei Dank. Nicht da reinfahren. Bestätigten Ende. So. Diese Mission, ey. Die ist echt heftig. Achte Mission von Atreides, ja. Ich glaube, das hat seinen Grund, dass wir hier zum ersten Mal den Luftangriff und die Fleben haben. Boah, also der dritte Part. Die Mission 8. Das ist heftig, ja. Einheit bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Dann jetzt... Ich dachte schon, der hat mir den Schallpanzer geklaut. Ich... Ich dachte schon, wir sehen, dass wir hier zum nächsten Mal Undertinen kommen mit dir schon mal wieder zum nächsten Mal. Vielen Dank.